Guten Abend, Deutschland. Ich esse hier gerade einen leckeren Kartoffelsalat. Ich hatte leider keinen Nudelsalat, aber Kartoffelsalat ist halt ein bisschen stumpf. Nudelsalat ist abwechslungsreicher, aber jetzt esse ich Kartoffelsalat. Das ist jetzt noch nicht die Canon. Vielleicht werde ich mir mal gucken, wie das läuft, aber vielleicht die Canon holen. Es gibt jetzt hier verschiedene News auf dem Channel und ich denke, das wollt ihr auch. Ihr wollt, dass ich als Promi-Produzent News für euch auf YouTube mache. Würde Shaden Cooper jetzt auch sagen. Die Paradigmen des Universums sind vergleichbar mit der Wurzel aus 12. Ne, gibt's denn das Wurzel aus? Weiß ich gar nicht. War nie so gut in Mathe. Da müsste man den Lennart Hofstetter fragen oder den Wollewitz. Was hast du denn Lucky? Er will an den Kartoffelsalat, aber Lucky würde lieber Nudelsalat empfehlen. Lena Meyer-Landrut tanzt im Käfig. Das sind jetzt hier die News. Lena Meyer-Landrut zieht sich sexy aus und tanzt für ihr neues Liedchen im Käfig. Sexy mit, ich weiß ja nicht, ob es sexy ist. Das müsst ihr entscheiden, aber sie tanzt ja im Käfig und ja, es bringt dir angeblich Spaß. Es bringt dir Spaß. Ich habe mich jetzt frisch rasiert. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Ich sehe jetzt nicht so sexy aus für sie, aber ich tanze auch manchmal im Käfig. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Das waren die News. Lena Meyer-Landrut tanzt im Käfig. Und wenn ihr noch was haben wollt, worüber ihr wollt, dass ich berichte, mache ich das für euch. Auf jeden Fall!